Hi Ho, hier ist Ronja und wir spielen heute noch mal Murder Mystery. So, ich bin schon wieder unschuldig. Ich auch, ich hoffe das mal. Ja, Flo, ich hab's gehört, du hast gelacht. Flo hat die Chaos Crew zu uns ins Team eingeladen. Bestehend aus Chaos Lara, Chaos Leni und Chaos Linda. Ich weiß aber nicht, ob die angenommen haben. Ich hab ein bisschen Angst, ich renne einfach gefühlt weg vor allen. Ich vertraue niemandem, hier ist ein Lila. Hier ist ein Mädchen. Es ist Ronja, es ist Ronja, Flo, es ist Ronja. Was? Alter, es ist top. Es ist hundertprozentig tops, ich bin's nämlich nicht. Ich fühlte einfach nur ein bisschen neuer. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Es ist Deadpool, es ist Deadpool, roter Kopf, roter Kopf, roter Kopf. Deadpool ist es? Bist du tot? Deadpool, nein, 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 aber ich hab gesehen, wie er mit dem Messer und da ist ein ganzes... Deadpool, Daddy Pool. Spider-Man, er kennt Deadpool nicht, oder wie? Wer? Die hat jemand Spider-Man in den Chat geschrieben. Spider-Man! Kann auch sein, dass es Spider-Man ist. Gibt es Spider-Man? Ja, MC Blockbuster 12. Ah, das hat auch schon jemand geschrieben. Wie, okay, ganz kurz, wie seh ich ihren Namen? Ich seh keine Namen über den Spielen. Wenn du Tab drückst. Du musst halt schauen, welcher Skin wo passt. Ah, okay. Ah, hier ist er, hier ist er. Oh, nee, diese Lena. Hey, das kann man doch nehmen und ne Compilation rausmachen. Huiu, huiu. Nein, bitte nicht. Wehe, irgendjemand tut das. Nein! Am besten macht ihr so ein 10 Minuten Video. Ey, der ist nicht Deadpool. Doch, der ist Deadpool nicht Spider-Man. Junge, der Typ, keine Ahnung. MC Blockbuster wird nie im Leben nochmal. Ich bin Detektive. Hä? Detektive? Ich traue jetzt an seinem Spider-Man. Ich bin der Mörder. Na klar. Na, man kennt's. Das ist einfach aus Prinzip, weil du es gesagt hast. Ich wär gern der Mörder. Ja. Du bist der Mörder. Du bist hundertprozentig bist du der Mörder. Schau mal, da hat jemand was in den Chat geschrieben. Ich glaub, der will uns was sagen. Meinst du Chaos Lara? Hauptsache. Ich glaub, Chaos Lara will uns was sagen. Huch. Ich bin fein. Ich hab gesehen. Chaos Linda sagt ein Trauer. Ey, guck mal. Lin ist auf deiner Seite. Guck mal. Dann ist Lilly wahrscheinlich bei Ronja auf der Seite. Es ist das... Bist das pinkes Mädchen? Ah! Nein! Okay, ich weiß genau, wen du meinst. Ich hab die schon mal gesehen. Ich hab die schon mal gesehen. Ich hab die schon mal gesehen. Die ist tot. Die ist tot. Die ist tot. Ist die tot? Ja, die ist tot. Oh Gott, der hat jemals so einen Hundefilter. So einen Hundeähnlichen Filter. Der Kürbismann hat mir grad mein Gold geklaut. Wir sind gegen den Kürbismann. Erstmal, ich bin kein Kürbismann. Gibt's einen? Ja. Ey, ne. Es ist doch ein Spiderman. Haben wir doch gesagt. Ja, es ist sehr cool. Ich hab ihn auf hinten gesehen. Ja, es sieht auch voll aus. Ey, 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 ey. Da glaubt wir uns nicht. Tops, was sagt man dazu? Keine Ahnung. Fühlst du dich verraten und in deinem Vertrauen... Ich weiß nicht, welches Wort ich sagen wollte. Ronja stinkt. Ne, Ronja duftet. Aber nicht gut. Hier ist Gold. Ich schnapp mir das jetzt auch, wenn ich ganz viel damit vom Wasser nehme. Der Kürbismann! Ja, ist das? Ne, 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 ist es nicht. Aber der hat mir Gold geklaut. Sicher? Ja. Also ich weiß nicht, ob das nicht ist. Aber er ist einmal direkt neben mich gelaufen. Aber da hat er mich nicht gefreut. Da hat einer die türkische Flagge auf seinem... Den ganzen Sins auf seinem... Fani Sion! So ein Anime Girl ist das, glaub ich. Ja, ja, das ist pinke Anime Girl. Aber da hier ist eins. Alter, das ist komplett hellpinke. Weil es gibt da noch eine mit so... Fani Sinon bei Top. Die ist tot, die mich getötet hat. Also das Anime Girl ist tot. Oh nein! Nice! Nice! Du gewinnst! Hab zwar nichts gemacht aber... Nur du vor allem. Stand da. Du gewinnst. Ja. Mittlerweile habe ich sieben... Ne, jetzt ist es auch 6 gedroppt. Was sollen bis hier... 6 Prozent... Ja, und der macht ja nix. Was weißt du, wo ich auch oft ne 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 5 gelesen habe? Wo... Ein Zeugnis. Ehh... Manchmal? Nice. Machen Sie nichts draus. Ist ja nicht schlimm. Ehhh! Wir haben nur 5 Noten entlöst euch. Das ist natürlich der Brenner. Ich habe Angst, dass ich hier runterfalle. Ich glaube, ich bin im Parcours-Teil. Und das ist überhaupt nicht cute. Ah, das haben wir quasi geübt. Aber das habe ich auch schon verloren. Ist das jemand gestorben? Nö, vielleicht hat sich nur jemand ein Knochen gebrochen, das weißt du nicht. Es ist Floor, es ist Floor, es ist Floor. Es ist einer mit so einem grünen Dingsi, Dingsi. Warte. Er hat auch noch geschrieben, so many humans. Ich habe einfach No geschrieben. Du verwirrst die Leute, indem du einfach sagst, nein. Ich bin immer so verwirrt. Chaos Lara schreibt, Tops is safe murder. Ihr habt ja auch noch erhöhte Chance zu werden, im Gegensatz zu mir. Nein. Ich werde nie. Ja, aber angeblich habt ihr erhöhte Chance wegen eurem Dingsi-Rang. Ja, aber das ist kompletter Schwachsinn, weil ich werde trotzdem... Ey guck, einer schreibt jetzt schon, Moin, I'm from Germany. Also, okay. Ähm. Denkst du, der kommt aus Deutschland? Oh nein! Einer der Mörder ist gestorben. Einer der Mörder ist gestorben. Okay, gut. Ich glaube, Ronja ist ein Mörder. Weil ich auch nein gesagt habe. Ich glaube auch. Also jetzt, wo du sagst, Tops. Ja. Ist Tops. Da ist ein Bogen. Ähm. Könnte der Weihnachtsmann sein? Hm. Hm. Okay, ich habe Hunger. Also, ich weiß... Weißt du, es läuft. Ronja, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Äh. Weißt du, du willst sneaky sein und dein Schwert rausholen und machst es so mit dem Mausrad. Und dann scrollst du halt so weit. Ja. Aber die Pros in Murder Mystery können das bestimmt besser. Und jetzt ist Chaos Lara aus unserem Team. Writet mich out. Das tut schon weh. Ihr werdet mich nicht finden. Ja. Was? Wieso nicht? Tops, bist du tot? Ne, ich bin nicht tot. Ich bin noch am Leben. Bist du Mörder? Chaos Laras letzte Bordesend. Ronja ist Mörder. Ich bin tot, aber ich bin der Beste. Also gewinnt für mich. Wieso denn der Beste ist Chaos Lara ein Typ? Ne, ne. Oh, hier hat jemand einen Bogen. Wir sitzen. Uh, die wollen auf mich losgehen, ha? Ist ja schon frech. Äh, wer lebt denn noch? Wie viele? Acht Leute, okay. Puh. Das ist schon noch ein Brett. Warte, warte. Hier ist einer. Ich habe das schon mal gewonnen. Ich gewinne das wieder. Hier. Sieben Leute. Nein, Ronja. Lass ich nicht zu. Ne, 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 ne. Warte, 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 warte. Ich gewinne das. Wo ist denn? Hier ist jemand. Hier. Bam. Tot. Hier ist noch einer. Äh, sag mal Ronja. Ja. Ähm. Du würdest mich da nicht töten, oder? Also jetzt, wenn ich da... Na doch, ich will dich schon töten. Echt, wieso? Ronja. Weil ich bin Männer und dann bist du einer von den Unschuldigen und dann muss man den töten. Ja, aber... Der rennt schneller als ich. Da ist irgendwie was rigged. Ja, es gibt auch solche Sachen, wo du dich dingst. Guck. Chaos, Larafuck. Flo können wir befreundet sein. Guck mal, aus unserer Party ist die natürlich. Das stimmt. Haben scheinbar alle wirklich angenommen. Ja. Schön. Bauen wir jetzt mal eine Armee auf. Flo sucht. Du bist gestorben. Mein Spieler hat dich getötet. Was? Tja. So sad. Ja. Tja, Ronja. Wie viele hast du denn jetzt, äh, äh, eigentlich geschafft? Hm? Wie viele gab's denn in der Lobby? 24? Ja. Es waren am Ende noch 6 über. Hm. Ronja. Tut mir leid, aber... Aber einer von den 24 war mein Kumpel. Der ist halt leider auch... Ich weiß nicht, wie viele der gekillt hat. Ja, ich glaube, der war... Ich bin Detektiv! Ja. Mein... Übrigens, mein Fellow Detective ist LukasLicht10. Okay. LukasLicht10 schreibt, good luck, have fun. Warte, ich halte dir noch jemanden deinen Skinflow. Hahaha. Was ist das? Welcher bist du? Bist du... Hüpf mal, wenn du du bist. Hüpf mal, wenn du du bist. Ich bin der hier. Okay. Der andere kommt auch. Wer hier bist du? Hüpft. Keiner von beiden hüpft. Ja, okay. Warte, wirst du der andere? Warte, ich hab grad... Wenn jemand... Von euch... Was? Wenn jemand von euch ist, please. Nicht killen. Ich bin freundlich. Hahaha. Guck mal, Chaos Lara versucht sich mit Tobes anzufreuen. Das ist doch cute. Ey, die ist aus der Schweiz. Wieso? Gegeben. Achso. Guck mal, hier ist das... Ist das Chaos Lara? Ja, das ist... Ne, das Chaos Linda vor uns. Gerade, ah, das andere... Was? Guck, wir sind mit dem Chaos gefreint. Ich dachte... Ey, okay, okay, okay. Was dachtest du? Okay, erklär mir deinen Gedanken. Warte, wo bist du? Ich hab was richtig geiles gefunden. Oder nie neben dir? Flo hat er ins Bett gemacht. Nein, das bin ich dich! Oh my god! Are you kidding? Das ist der Typ. Ohhhh. Ich hab gesagt, hüpf, und dann ist der andere gehüpft. Runja, lauf! Runja, lauf! Runja, lauf! Feuerwehr! Feuerwehr-Notfall! Oh, so ein Feuerwehr-Notfall. Ich weiß nicht, wo bist du denn, Flo? Ich bin bei Tobes hier. Wo sind wir? Warte, warte, ich zeig's dir. Okay, geh mal Tobes nach. Geh mal hier weiter. Alles klar. Jetzt geht hier, warte, äh, nach links. Zu diesem Typen. Und jetzt geht hier einfach mal weiter. Hier rechts, rechts, rechts. Okay. Genau, genau, hier weiter. Ja, ja. Hier runter? Nee. Oh, der ist es! Das ist ein Santa-Typ hier. Rot, grün, rot, grün. Die versteckt sich. Okay. Warte, warte, warte. Links! Links! Genau hinter dieser Pflanze. Der letzten Pflanze. Du bist tot, ne? Hier. Guck, guck, guck. Nee, warte, genau. Nicht der anderen. Links der Pflanze. Grün. Die, die. Hinter der Pflanze ist sie. Die versteckt sich. Hallo! Ah, da ist eine Leiche. Ah, ok, ich sehe sie. Lass den langen Gang runter. Lass, 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 lass. Nein, warte, 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 warte. Ich hab keinen Bogen. Herr Freunde, schneller, schneller. Oh, ich hab einen Bogen. Ich bin Attraktiv. Ja, ich bin Idiot. Los, hol sie. Easy, wow. Vielen Dank. Okay, mach noch ein Spiel. Ich koennen die richtige Security zeigen. Alles klar. Ich bin unschuldig Ich bin wieder Detektive Schon wieder Eben noch rumgeweint Zeig mal den Bogen Nimm ihn jetzt in die Hand Du bist ein Detektiv, schade Wird dich töten, Flo Die Achterbahn fährt ein Gold Hör auf, nein Du kommst jetzt her, Flo Oh nein, Chaos, Linda muss gehen Flo, ist es schon wieder? Es ist ständig, ist es Flo Das ist ja nicht mehr feierlich Du bist ständig, bist du das erste Mal heute Du bist ständig, bist du Mörder Das ist wirklich Das ist nicht mehr schön Das ist nicht schön, ne Guck mal, Chaos, Linda hat es schon durchschaut Ja, ich hab die gerade, ich hab die gerade verschont, okay Bleib weg von mir Das ist lieb von dir Wer wurde es gekillt? Wer hat sich gekillt? Danke, dass du mich trotzdem nicht getötet hast Chaos, Linda hat dich getötet, aber du hast sie verschont Wo hat sie mich gekillt? Achso, ich hab gedacht, weil du gesagt hast, dass Chaos, Linda warst Ich wusste nicht, dass die das überhaupt ist Ich dachte, aber die haben beide die Ehre gebrochen Chaos, Linda? Was ist da los? So, ja Ne, ich bin schon, ich bin schon mit Wie heißt es? Chaos, Girl, ich bin 40 Achso Das gab's wirklich mal Das war dann, wo die Leute geschrieben haben Haha, Flo sucht sich im Heimkopf Oh nein, ihr wird gemördert Na gut Das war's aber auch für diese Runde Wenn's euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da Und wenn ihr mehr, wie auch immer, dieser Spielmodus heißt Mörder Mystery Was? Ja Vielleicht hat's mir wirklich gefallen Vielleicht hat's mir nicht gefallen Weil ich durchgebrochen wurde Na gut Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao